Michael Schumacher, schlimme Vermutung. Ist sein großes Geheimnis in Gefahr? Über Michael Schumachers Gesundheitszustand kann seit Jahren nur spekuliert werden. Doch jetzt könnte sein großes Geheimnis an die Öffentlichkeit kommen. Punkt 1 träumte Michael Schumacher von einem Leben abseits der Öffentlichkeit. Er wollte mitten im Nirgendwo auf dem Land leben, ganz abgeschieden von der Außenwelt. Sein Privatleben war ihm immer heilig. Und seit seinem schweren Skiunfall 2013 ist es seiner Familie sogar noch wichtiger geworden, ihn vor der Außenwelt zu schützen. Sein Umfeld schweigt zu seinem Gesundheitszustand. Bis jetzt ist sein großes Geheimnis in Gefahr? Verplappert sich Micks neue Freundin? Sie ist blond, wunderschön und hat seinen Sohn Mick im Sturm erobert, Model Laila Hassanovic. Und der junge Rennfahrer scheint überglücklich mit der Dänin zu sein. Das Problem, Laila liebt es, ihr Leben mit fremden Menschen zu teilen. Auf Instagram veröffentlicht sie ständig neue Bilder. Knutschfotos mit Mick, Bikinibilder, Urlaubsschnappschüsse. Sie nimmt ihre Fans überall hin mit. Totales Kontrastprogramm zu dem, was sich Michael immer für seine Kinder gewünscht hat. Fragt sich also, ob Laila verschwiegen genug ist. Oder wird sie Schumis größtes Geheimnis irgendwann ausplaudern? Der Welt erzählen, wie es ihm wirklich geht. Bisher wirkt es zumindest nicht so, dass die Formel-1-Legende und seine Familie ihr blind vertrauen könnten. Zuletzt veröffentlichte die 22-Jährige ein Foto mit einem verdächtigen Ring am Finger. Das heizte die Gerüchte um eine Verlobung natürlich an. Und das war sicherlich nicht im Interesse von Familie Schumacher. Ja, Diskretion sieht irgendwie anders aus. Aber Schumis Sohn scheint blind vor Liebe.